Hallo meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer LandSquid und heute reden wir wieder über Resident Evil 8, denn gestern war jetzt der Resident Evil Showcase, der zweite mittlerweile, der bei erster Betrachtung, finde ich, gar nicht so viel revealed hat, aber jetzt in der Nachbearbeitung, in der Vorbereitung auf dieses Video und auf viele andere Videos, die jetzt kommen werden, habe ich gemerkt, dass doch sehr, sehr viele Details in diesem gezeigten Trailer steckten und in dieser Präsentation steckten, über die wir dringend reden müssen. Deswegen werde ich nicht einfach eine Traileranalyse machen und nicht einfach ein Video, in dem ich das Gezeigte zusammenfasse, sondern ich will wirklich über verschiedene Aspekte, verschiedene Details, die wir gesehen haben, im Detail reden. Deswegen muss ich fast mehrere Videos machen, das passt gar nicht alles in eines. Für den Anfang möchte ich mal über ein Detail reden, das mich wirklich sehr gefreut hat bei dieser Präsentation und zwar über The Mercenaries. Resident Evil 8 kriegt einen Söldner-Modus, einen Mercenaries-Modus, genau wie er schon in Resident Evil 4 war, nur aufgebohrt, erweitert. Und ich finde wahrscheinlich auch verbessert, wenn wir uns das mal im Detail anschauen. Grundsätzlich, falls ihr den Mercenaries-Modus aus Resident Evil 4 oder Resident Evil 5 nicht kennt, das Ganze funktioniert im Grunde so, dass ihr das Spiel mit einem Charakter, den ihr euch aussuchen oder auch freischalten könnt, startet. Und dann startet ihr quasi in einem Abschnitt aus dem Hauptspiel, das in eine Arena umgebaut ist. Und in dieser Arena müsst ihr so schnell wie möglich so viele Gegner wie möglich töten. Und das macht ihr so lange, bis der Timer oben abläuft, auf Null steht und dann werden eure Punkte addiert und ihr bekommt euren Endpunktestand. Und wenn ihr gewisse Hürden erreicht, dann schaltet ihr neue Level oder neue Charaktere frei. Soweit, wenn ihr gewisse Bonus-Gegenstände in den Maps sammelt oder Kombos landet, also mehrere Gegner in kurzer Zeit tötet, wird euch zusätzliche Zeit in euer Zeit-Kontingent angerechnet, damit ihr mehr Punkte erreichen könnt. Soviel zum ursprünglichen Mercenaries-Modus. Und grundsätzlich, vom Grundprinzip her, sieht es so aus, als würde The Mercenaries für Resident Evil 8 ähnlich funktionieren. Fraglich ist aktuell noch, ob man für Resident Evil 8 tatsächlich mit verschiedenen Charaktern spielen werden kann oder ob nur Ethan Winters ein spielbarer Charakter ist. Da der Titel des Modus allerdings The Mercenaries ist. Plural gehe ich davon aus, dass es auch mehrere Charaktere zum Freischalten geben wird, oder? Das wäre sonst irgendwie komisch. Ganz kurz nebenbei, auf dem Bild von The Mercenaries sind im Hintergrund Reiter eingeblendet. Schattenhafte, vielleicht mutierte Wehrwolf-Wesen, vielleicht auch noch sehr menschliche Wesen, ich weiß es nicht, die auf Pferden sitzen und Waffen schwingen. Gibt es solche Gegner wirklich im Spiel? Das wäre irgendwie ein bisschen cool, oder? Aber ich weiß auch nicht. Naja, gut, egal. Bleiben wir mal bei The Mercenaries. Über die ganzen, vielen neuen Gegner und Figuren und Personen, die uns revealed wurden in dem Trailer, reden wir in einem separaten Video. Also gut, The Mercenaries. Ihr sammelt also Punkte und holt euch Bonuszeit. Ursprünglich war es aber so, dass wenn die Zeit ausläuft, dann ist quasi das Spiel beendet. Dann habt ihr das Spiel abgeschlossen, wenn ihr überlebt bis zum Ende der Zeit und ihr habt euren Punktestand bekommen und Schluss. In The Mercenaries für Resident Evil 8 oder Resident Evil Village ist das jetzt nicht mehr so. Denn hier müsst ihr scheinbar ein Ziel erreichen. Es gibt anscheinend wirklich eine Ziel-Location, einen Zielort, einen goldenen Orb, den ihr erreichen müsst. Dann habt ihr das Spiel erfolgreich abgeschlossen, wenn ihr das Ziel erreicht, bevor die Zeit abläuft. Und dann werden eure Punkte nicht einfach nur in einer Highscore festgehalten, sondern eure Punkte werden euch als Währung zur Verfügung gestellt. Und diese Währung könnt ihr dann beim Händler gegen neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände und Waffen-Upgrades ausgeben. Sehr ähnlich, wie wir das aus dem Hauptspiel von Resident Evil 4 kennen. Und ich gehe stark davon aus, dass die Händler-Mechanik und die Waffen-Upgrade-Mechanik im Hauptspiel vielleicht ähnlich funktionieren wird, wie sie es hier im Mercenaries-Modus tut. Wie sie uns hier vorgestellt wird. Aber das ist nur meine Spekulation an der Stelle. Und dann, wenn ihr euch hier ausgerüstet habt, wenn ihr ein bisschen durchgeatmet habt nach der schnellen Action, könnt ihr quasi in das nächste Level eine neue Map, wo ihr dann euch wieder durch Horden von Gegnern kämpft, Bonuszeit sammelt und so euer Ziel hoffentlich erreicht, um das Ganze fortzuführen. Das klingt echt nach einem ziemlich spaßigen und interessanten und umfangreichen Modus. Da bin ich wirklich ziemlich gespannt drauf. Zusätzlich gibt es auf den einzelnen Karten dann noch blaue Kugeln, blaue Orbs. Die könnt ihr aufsammeln und euch Spezialfähigkeiten dafür nehmen. Also zum Beispiel mehr Lebensenergie oder schnellere Laufgeschwindigkeit. Oder besseres Blocken. Ähnlich wie im Raid-Modus von Resident Evil Revelations haben die Gegner einen Gesundheitsbalken. Somit kann man sehr gut abschätzen, ob man die Gegner schon getötet hat oder nicht, was für diesen schnellen Modus ziemlich nützlich ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, aber ich weiß es nicht, dass es vielleicht sogar spezielle Gegner-Varianten nur für diesen Modus geben wird. Besonders starke und große Versionen von Standard-Gegnern beispielsweise. Ähnlich wie im Raid-Modus. Es ist echt witzig, weil ich habe vor kurzem doch noch ein Video darüber gemacht, dass eine Kombination aus Mercenary und Raid-Modus der perfekte Zusatzmodus sind. In dem Video habe ich es als Multiplayer-Modus betrachtet, aber auch im Singleplayer der perfekte Bonus-Modus für Resident Evil wäre. Und scheinbar haben die das jetzt wirklich so ein bisschen gemacht. Finde ich cool. In manchen Screens werden Ziele eingeblendet, wie zum Beispiel Besiege 15 Gegner. Darunter ist allerdings ein Kauter, der uns anzeigt, dass es insgesamt 30 Gegner zu töten gibt. Gut möglich, dass 15 Gegner hier die Mindestanforderung ist. Und wenn man da noch Zeit übrig hat, kann man quasi noch mehr Gegner töten, um sich noch mehr Währung zu erspielen. So denke ich mal, dürfte das wahrscheinlich funktionieren. Sehr interessant ist auch, dass wir in dem Trailer zum Mercenaries-Modus sehr viele neue Gegnertypen sehen. Und ich werde zu diesen Gegnertypen aus dem Trailer und aus dem Mercenary-Modus ein eigenes Video machen, denke ich. Ich glaube, das lohnt sich. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen, aber ich glaube, das lohnt sich, sich hier die ganzen verschiedenen Gegnertypen genauer anzusehen. Weil einige von denen uns vielleicht sogar Details über die Story und die Welt, in der wir uns hier in Resident Evil 8 befinden, verraten könnten. Denn ich glaube, das Ganze geht über so eine bloße Werwolf- und Vampirgeschichte hinaus. Ich glaube, wir können hier Anleihen von vielleicht so etwas Frankenstein-mäßigen, Steampunkigem sehen. Aber über das reden wir in einem anderen Video. In dem Video wollte ich euch jetzt wirklich erstmal den Mercenary-Modus nochmal vorstellen und zeigen. Denn das hat mich wirklich sehr gefreut und da bin ich sehr gespannt drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein sehr cooler und sehr interessanter Modus ist. Vor allem, wenn es da natürlich verschiedene Charaktere und verschiedene Maps auch gibt, die man freischalten kann. Und wenn vielleicht auch noch so ein bisschen Zufallsfaktor drin steckt, damit es einfach immer wieder ein neues Erlebnis ist. Das ist wirklich, wirklich so ein bisschen Roguelike. Und an der Stelle habe ich mir wirklich fast schon gedacht, ob nicht der Mercenary-Modus mit dem ominösen Modus, über den ich in einem früheren Video mal geredet habe, gemeint sein könnte. Der den Schwierigkeitsgrad erhöht, der die Item- und die Gegner-Location zufällig durchwürfelt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der Mercenaries-Modus ist ein separater Modus, der mit dem, der mit dem, ja, Randomized Resident Evil 8 Modus nichts zu tun haben wird. Ich glaube, das sind zwei getrennte Modi voneinander. Zumindest, wenn man den Gerüchten glaubt, die ich gelesen habe über diesen anderen Modus, klingt das sehr anders. Naja, ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt auf den Mercenaries-Modus. Das klingt nach was, das sehr lange sehr viel Spaß machen könnte, wenn die richtigen Design-Entscheidungen getroffen wurden und das Ganze wirklich langzeitmotivierend ist. Dann könnte das schon echt cool sein. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Findet ihr den Modus cool? Habt ihr euch gewünscht, dass The Mercenaries zurückkommt? Findet ihr es gut, dass jetzt auch eine Progression zwischen den einzelnen Maps tatsächlich stattfindet? Oder hättet ihr lieber gern diesen alten, akkadigen Modus wieder, so wie es früher war? Ein Level nach dem anderen und fertig, Highscore, passt schon. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde diese übergreifende Progression wirklich sehr cool. Ich gehe mal stark davon aus, dass man die Progression, also die gekauften und die abgegradeten Waffen, quasi über die einzelnen Maps hinweg behalten und immer weiter upgraden kann. Während aber der Schwierigkeitsgrad auch immer steiler ansteigt und irgendwann kommt man dann eben zu einer Map, die man nicht mehr schafft. Dann gibt es einen endgültigen Punktestand und dann beginnt man wieder von vorne. Ich denke, so wird es laufen, aber das ist jetzt auch nur Spekulation. Aber so sieht es zumindest aus, wenn man sich alles mal genauer anguckt. Ja, genau. Leute, machen wir jetzt für heute schon mal Schluss mit diesem Video. Die nächsten Tage werde ich jetzt noch einige Videos zu diesem Showcase veröffentlichen und dann ja auch schon bald. Videos zu den Demos, die Gameplay-Demos, die anstehen, die sehr verwirrend über drei verschiedene Termine und Plattformen verteilt irgendwie veröffentlicht werden. Aber ja, genau. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ihr könnt den Kanal sehr gerne auf Patreon unterstützen. Das wäre mega cool von euch. Und schaut vielleicht auch mal auf Lansquid Bird Rider Let's Play vorbei. Dort findet ihr Let's Plays und Stream-Aufzeichnungen zu unglaublich vielen verschiedenen Spielen mittlerweile. Äh, ja, genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao. Ciao. Ciao.